Wir sind jetzt am Gipfel der heutigen Tour angelangt, und zwar am Kitzstein oder auch Gabel. Wir haben hier einen wunderschönen Ausblick. Da hinten der Saukarkopf, ganz hinten der Uwe, Frauenkogel, Kreuzkogel, Frauenkogel, Gamskarkogel, dann geht es da weiter, Skigebiet, dann haben wir da Schuflicker, Höllwand, dann noch die letzten Schneeflecke, da haben wir Hochköniggebiet und vorne Skigebiet Alpendorf. Da hinten Dännengebirge, Hagengebirge und die Straße nach Salzburg, da haben wir die Bergstation von Waagrhein, Grafenberg, da hinten haben wir die Bischofsmütze und den Dachstein und das Skigebiet von Kleinal. Wir überqueren heute steile Schneefelder, womöglich auch mit ausrutschen, Uwe, auf den Arsch. Schau! Bravo! Und der Nächste! Oh! Und noch einmal! Andrea! Juhu! 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.